Einzigartig. Einfach fantastisch. Es ist moderner als das Phantom. Toll. Und wieder dringlich schön. Hinreißend. Das sagen die ersten Zuschauer von Liebe stirbt nie Phantom 2 in Hamburg. Denn schon vor der großen Premiere war es einigen Gästen vergönnt, Andrew Lloyd Webbers neues Meisterwerk in den Previews zu bestaunen. Das durchgängige Fazit der ersten Zuschauer? Pure Begeisterung. Es war sehr spannend bis jetzt. Eine Wendung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Unglaublich atemberaubend. Das Bühnenbild. Total toll. Wahnsinnige Kostüme. Die Musik ist ganz toll. Die Sänger und Sängerinnen sind fantastisch. Ich finde es halt dramatischer. Es ist mehr Thriller. Es ist mehr Spannung als bei dem ersten Stück. Also extrem viel fürs Herz. Und ja, mir fehlen die Worte. Ich war erstaunt, wie das Kind gesungen hat. Es war ganz fabelhaft. Und auch die Christine. Und das Phantom ist grandios. Grandios muss ich sagen. Die haben sich echt ins Zeug gelegt. Also ich war vor kurzem noch im ersten Teil. Und ja, finde den zweiten vom Bühnenbild wesentlich aufwendiger und echt klasse. Am 15. Oktober ist es soweit und Liebe stirbt nie. Phantom 2 feiert seine lang ersehnte Premiere. Wir liefern Ihnen exklusive Bilder vom feierlichen Abend und freuen uns auch Sie bald im Stage-Operettenhaus begrüßen zu dürfen. Ich bin in der Folge von dir. Ich bin in der Folge vom Sternen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020